Musik So, hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem Alpha Wolf von Civilization Film. Ah, schon wieder der. Blubber. So. Ich habe das Gefühl, ich habe das Spiel gepackt gerade so ein bisschen. So, wie der das Panzerschiff hier backt. Keine Ahnung warum. Essen, Bauart, Bauart, genau. Bauart statt Mauern. Muss ja auch alles noch gebaut werden, ne? Und du eierst schon mal. Ist da noch was? Da, hier. Dahin eierst du jetzt. So, dann soll ich sagen, was haben wir hier? Oh, Edelsteine. Ist dann alles meins. So. Die Arti rückt natürlich mit vor. Oh, der Krakatau. Warum kann der den Angriff nicht durchführen? Ich glaube, das war es an Einheiten, die wir erstmal wieder so bewegen können, ne? So. Wow, also wirkt ein Schlachtschiff mit Steinen. Schlachtschiff fühlt sich bestimmt besonders eingeschüchtert. Nicht. Ich glaube, dass du ein bisschen buggy bist, deswegen fährst du jetzt mal da weg. Du führst jetzt den Angriff aus. Kommen die bis nach Athen? Ne, so eine hohe Reichweite haben die nicht. Okay, dann bleibt er jetzt erstmal, äh, Stellungswechselsmodus. Ja, Sparta. Wir haben da auch Stellungswechsel nach Sparta. Wer das hören will, muss sich, dass er sonst immer wieder meckert. Oh Gott. Ah, geht noch mal. Ich muss gleich mal gucken, man hat dann wird gerade irgendwie ein bisschen, äh, bisschen warm. Bisschen warm. Oh, hallo. Wadabum. Sag doch, wir Deutschen, wir, wir sind ein bisschen krank drauf. Äh, Hanso-Kontor, Karawanenhof, Gerichtsgebäude, und die nächste Runde. Ach, ne, die Atterie muss noch versetzt werden. Tja, Alexander, das passiert, wenn man sich mit Deutschland anlegt. Ich kann das sagen, was du abgebaut hast, auch sehr gut gebrauchen. Sehr gut sogar. Hm, will ich nicht. Kann ich nichts machen? Nichts rund. Nein. Ich will ihn jetzt vereinen, für allemal, aber was ist das von der Weltkarte fegen? Ja, ist ja gut. Jetzt haben wir einen Zerstörer. Dann ziehen wir den mal zurück auf Reichsgebiet. Modernisieren den direkt. Der wird auch auf Reichsgebiet eingezogen und modernisiert. Die Klasse können wir natürlich schon lange modernisieren, wa? Zur Freigatte. Interessant. Einforschung wählen. Verbundene... Oh, deutsche Panzer. Deutsche Panzer. Deutsche Panzer. So. Ein Flughafen. Vorrücken, Männer. Fernangriffe auf Athen fliegen. Weißer will dann Frieden, wenn seine Hauptstadt auf einmal angriffen wird. Also im Prinzip eher selbst in seinem Wohnhaus. Dann hat er auf einmal nicht mehr so viel Bock auf Krieg. Was ich sehr interessant finde. So. 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 produktion wie ein hansekontor stuttgart 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 ich brauche mich ja im prinzip nicht mehr um den ausbau der städte zu kümmern was wir haben für grund weil die bauleute mal dahin rennen wo gebraucht wird ein optisch müssen auch mit der art der jetzt auf athen holzen können sie störe als athen muss eigentlich noch weit genug fahren kann sie eigentlich auch der stützpunkt direkt wieder bomber drankommen attacke mit der zwischenrunde wird in der runde wird eine große persönlichkeit geboren voll inszenso Untertitelung. BR 2018 Oh, oh, oh! Und zwar, und zwar, und zwar, und zwar. Äh, loll. So. Nein, Dortmund braucht keine Militäreinheiten zu bauen. Ich schau noch kurz, wie lange die Runde läuft, weil da muss ich mal kurz in der Schreibtisch klären, dann mal gucken, was mit meinem Rechner komisches abgeht. Oh, ich hab hier auf, ne, ich hab hier wieder nicht auf Start gedrückt. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.